Talent im Land, das Stipendienprogramm der Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt seit 2003 begabte Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr wurden 50 neue Stipendiaten und Stipendiatinnen aufgenommen, die auf ihrem Weg zum Abitur oder Fachabitur von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert werden. Seit diesem Jahr ist die Josef-Wund-Stiftung gemeinsamer Träger dieses Programms. Also ich komme aus Syrien. Ich bin hier seit 2015, also seit fünf Jahren. Und ja, da ich allein wohne, ist es halt ein bisschen schwierig, neben der Schule zu arbeiten, um halt die Miete zu finanzieren und so. Deshalb habe ich das Geld an erster Stelle gebraucht und die Hilfe, die ich bekommen konnte von da in dem Land. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren eine schwierige familiäre Geschichte und deswegen war ich eben recht erleichtert über diese Unterstützung. Auf jeden Fall mein Abi machen und danach will ich etwas werden, das ich für Frauen und Menschenrechte etwas machen kann. Ich habe mir vor, das Luft- und Fahrtraumtechnik zu studieren und etwas zu entwickeln, das unserer Umwelt so hilft und weniger CO2-Ausstoß gibt. Die 50 Stimendiaten, die sind wie Familie, also wir schreiben täglich auf WhatsApp. Was für unterschiedliche Menschen das sind und mit was für interessanten Lebensgeschichten, die hierher gekommen sind. Und es ist einfach auch toll, mit was für einer Offenheit man da angenommen wird und man auch andere annimmt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020